so und da sind wir schon wieder also was ich herausgefunden habe ist dass das hier das richtige schriftstück ist weil hier der frank ja dementsprechend schreibt hier dass auf jeden fall herauskommen soll mit dem geld und dass er hier die die richtige adresse schicken wird und daher selekten wir das jetzt schon mal dazu passt dieser eintrag nämlich 11 uhr pm am 4 10 250 dollar an den boondocks und so weit war ich ja eben schon mal ich hatte halt nur hier oben den falschen handy eintrag die falsche sms und es passt auf jeden fall das hier dazu nämlich 10 56 pm am 4 10 dieses alte verlassene scheunendings und ja das wähle ich jetzt auch eben aus chloe this is definitely the place let me get some more clothes here nope nothing max there's nothing here it's a shitty old barn let's keep searching and find out who owns this haunted barn i'm on this hold on ja es war so tatsächlich eine alte scheune named harry aaron prescott i'm shocked should we call the police fuck that you know the police here like nathans private security right that's so messed up as you've noticed this whole town is messed up we can't trust anybody except each other so we have to go out to that farmhouse by ourselves i was afraid you'd say that we could call warren since he kicked nathan's ass it's just the two of us nobody else and i'm not scared at all you have the power i feel like we're this close to finding rachel we have to find her max we will but remember my power isn't infinite we still have to be careful man sollte immer vorsichtig sein yes sir ok also ab zur scheune zur scheune von diesem prescott welcher prescott das auch immer sein mag ok 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 nicht naja sieht auf jeden Fall sehr Verlassen aus Naja, mal sehen, wie wir reinkommen werden Wir sind ja nicht das erste Mal schon irgendwo eingebrochen Okay, Tracks, also Reifenspuren Womöglich Wow, dann schreibt Okay, ja, danke, dass ihr mich von Nathan weggehalten habt, schreibt er Okay, ähm, er muss sich jetzt erst mal beruhigen Gar nicht so verkehrt We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect Schön hier, aber somit nirgendwo halt Okay, da sind Bretter an der Wand Metal sheet Da geht's rein Sieht zumindest so aus, als sei da nichts Okay Gott, das ist way too Blair Witch Ich habe Goosebombs all over Komm, Supermax Hey, check out this old chest A little louder, Chloe Geez, that is ancient Jackpot Old shit No, 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 look closer Karten Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay Prescott Industries celebrate grand opening The Prescotts bring bomb shelter boom to town Nice scrapbook You search for more clues and I'll scope at the area Na gut, dann sind wir wieder mal investi-, investigativ unterwegs Okay, wer auch immer das sein mag, der Onkel, der Opa oder sonst wer von Nathan Der Traktor, den man sich nicht wirklich ansehen kann Na gut Great Irgendeine Kiste Ich glaube, die Prescotts wurden nur geboren, Bastards Okay Hier ist Mr. Linden, I'm writing Mhm Ah, da geht's also um irgendeine Rückzahlung Die hier irgendwer An den Prescott zahlen soll An die Ranch vom Prescott Ja, das geht auf jeden Fall sehr weit zurück Na gut Da sind wieder Reifenspuren Also immer noch dieselben Die Frage ist da natürlich, wo stand der Wagen? Da ist ein Foto Wow, Sir Talk about home on the range Mhm Hübsches Wild Das ist schon mal schlecht Eine Pitchforkamme hier If a zombie shows up, I have my weapon Mhm Damit kann man sich die Dinge auf jeden Fall Gut vom Zaun halten Ach, es geht hier auf jeden Fall nach oben Da oben Es liegt auch Heu Da sind noch mehr Kisten Search Ah, das ist ein guter Tag Mhm Ah ja, Bacon, Sugar Und so weiter Und das war nicht nur gute Preise Heistack Search So viele Heistacks So viele Niedeln Ja Ja Ich würde da gerne hochkommen Aber ich weiß nicht wie Ground Eine Falltür Das sieht aber echt so aus wie so eine Falltür Wäre zumindest gut gewesen Da ist noch mal Ground Kann ich denn das Pitchfork nicht benutzen, um da irgendwie Naja, ähm, aufzuräumen Schauen wir mal Ja, hier, warte mal Hier ist dann der Boden, wo der Haken immer war Was ist das? Also doch eine Falltür Es ist total brandneue Warum? Headlock Nein, Supermax Du kannst das nicht mit deinen Händen öffnen Okay, dann Okay, Chloe Ich, ähm, I found some kind of Hatch But it's locked I got this I hope Das sieht schon mal gut aus Und wie kriegen wir das jetzt? Plattform Ah, klar Chloe Can you give me a hand? Sidekick at your service Okay, so kommen wir also auf jeden Fall hoch Hopp hopp and away, Supermax I dig having minions Okay Ein alter Motor Ah, okay, cool Oh, oh Oder warum auch nicht Ja, dann Kletter doch da drauf Achso Na, wenn du es so machen willst Okay Na gut Da ist ein Rope Das wir ziehen können Wie zum Beispiel Den Motor Achso Geht doch So Jetzt kann man das Attachen Und dann Den Motor runter Das war ja gar kein Motor So Dann komme ich hier so einfach auch wieder runter Da Da Fotos Sehr schön Irgendwo müssen ja auch noch die ganzen Fotos herkommen Na denn Was fehlen denn hier noch für Auch da fehlen ja noch einige Fotos Na gut So Runter Max Und Nun noch eins Ja Mal sehen Was denn hier diese Falltüre Zu verbergen hat Hoppen Eine Treppe Das Licht flackert da unten Mitten im Nirgendwo Was ist denn das So eine Art Bunker Na gut Dann mal schauen Das sieht total nach einem Bunker aus So ein Familienbunker Genau Security door This is too heavy to break So I'll need a code Hmm First a padlock Then a digicode Someone really doesn't want visitors Super Ähm Okay also Ich sehe schon mal dass die Zwei Die Fünf Und die Vier Ziemlich häufig benutzt worden Von daher Zwei Vier Fünf Dann nehmen wir mal Vier Zwei Fünf Oder Fünf Zwei Vier Vier Thanks Think You locked it Dumbass Na toll Also wieder zurück Ja, anders geht das halt nicht, 4, 2, 5 hatte ich schon, nehmen wir 4, 5, 2 5, 2, 4, hatte ich die schon? Es hat nicht funktioniert. Einige Nummern sind verbreitet, also ich muss nur Glück werden. 5, 2, 4 hatte ich schon, 4, 2, 5 hatte ich glaube ich auch schon. Wissen. 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 Wissen.